herzlich willkommen zu einer weiteren folge von minecraft advance und vor zehn folgen sind wir ins end gegangen und haben den ender dragon gemacht was machen wir nach zehn folgen wieder den ender dragon wir müssen nämlich den ender dragon noch mal beschwören unter anderem brauchen wir dazu auch drachen atem ich weiß nicht ob man das bekommt dabei steht man das bekommt man heute ja und in der nächsten folge machen wir das noch schwebt durch ein schalke projektil 50 blöcke aufwärts das machen wir in der nächsten folge natürlich noch und ja sind sie bereit in dieses portal nicht zu springen ja okay dann nehme ich noch nicht nein oder nämlich ich habe übrigens meine alte rüstung noch mit an also die jetzt kein mending hat weil ich meine alte schalke box nicht finde deswegen habe ich jetzt die leider an aber weil wir heute noch advance mit haben nämlich hier ausgewogen ernährung müssen nur noch ein was essen und das ist der goldene op gold apfel ja fahr was durch oder war das was den spaß und gehört ja als ob das geht wirklich ins enden und das übrigens was ich noch kurz sagen möchte wir haben auch noch ein e-klo gefunden den ganzen schritt werde ich bisher bis mir jetzt bis mir jetzt ins end geht noch einblenden wir haben gerade noch mal wir waren bitte auf erkundung und so wollten halt ein bisschen was kriegen wie man jetzt sehen kann von meinem Inventar ich habe zum Beispiel auch noch mal einen golden op kopf abbekommen kann ich dir mal geben weil ich habe jetzt schon einen wo auch immer der ist auf jeden Fall wir haben gerade noch ein e-klo gefunden beziehungsweise Melvin halt wir wollten halt auch noch fossile finden aber er sind halt ein bisschen selten ne ich werde einfach mal hier wir werden jetzt erstmal in das e-klo reingehen also wir gehen jetzt mal rein hier gibt es halt ein bett was ich mir jetzt mal mitnehme weil aber bitte nicht noch nicht und noch nicht hallo ne machen wir wieder hin das sollst du beim dislocation ich brauche hin schwarz gerade für mir schwarz heutig ne und ja man kann ja nämlich den teppich hier aufmachen und darunter ist dann meistens immer ein safe alles klar also doch hier lol ich hab gedacht das war immer hinten mach mal bitte wieder das danke hast du die erde hast die erde nein um gott hast du schnee die die teppich nicht mehr da war stein oder da war schnee tatsächlich war der schnee warte ich mache mal schnell den schneeblock so ab einem schneeblocken sei es schön so bleiben okay ach du es in grauen teppich aber wir können jetzt mal hier runtergehen und hier unten ist da meistens immer ein also Melvin hat mir erzählt die lichter als ein löschen älter das ist wie ein kleiner ach so so was man sich selber so meint ist er sein können weil es getochen in löschen älter und den kennt ihr nicht die gibt es schwer zu trinken hier drüben tada komm mal rein voll cool und das sogar ein goldappel drin könnten allerdings sogar 10 und machen die soll er machen das war auch die nächste dritte wo ist der schwächter an hier so oh mein gott der verwendet sich ich will mal kurz wissen was ähm der hier handelt der handel ach das ist ein geistlicher äh geistlicher cleric ähm ja gut das war das iglo liegt in der iglo also sieht auf jeden fall mega cool aus hier also mir gefällt das mit den ähm kessel hier und mit den kaktusdings hier sogar wir gehen jetzt erstmal hier in das end rein okay bist du bereit und los geht's heute wird ihr erfahren wie mir oder wie man den enderjacken neu bespürt melden wusste es auch noch nicht oder weiß noch nicht so richtig wie es geht mhm aber hier haben wir auf jeden fall das endportal also ne das ist das endportal und wir werden den heute beschweren dazu braucht man die endcrystals ich werde jetzt die endcrystals jetzt mal im hintergrund einblenden die werden nämlich ähm so gecraftet mit einer ähm gasträne mit glas und noch ein enderauge und dann hat man die dinge ich hab davon viel gecraftet wenn man logischerweise auch vier machen muss übrigens haben wir dazu noch stärke tränke mitgenommen und den golden op gott ja und natürlich die flaschen dass mir den drachenatem einsammeln können ja was sollst du sagen wir brauchen den op gold apfel eh für die archiven achso genau ja gut dann würde ich mal sagen tu mir jetzt ich tu dir jetzt zeigen wie man das macht also guck mevin du tust da ein endcrystals hin da auf jeder seite so ja bei mir ging das nicht habe ich gemacht ist an der konsole denke ich mal so natürlich ist das jetzt das endportal ausgegangen und die ganzen türme bauen sie so gesagt neu aus neu auf also auch zb die koppelstern die dort sind verschwinden fast und ähm ja es baut sich einfach oben alles neu auf das ist eigentlich das ganze wie die beschwörung von dem ender dragon neu geht und ja da oben wird er jetzt direkt gelandet ich seh gar nicht wenn ich zoome sieht man das gar nicht auf jeden fall sieht das mega cool aus und wir haben schießt schon mal rum oh oh nein ja okay nein ist cool wir haben ein bisschen enderjacken pfefferminze pfefferminze oh rot getroffen ich hoffe heute tut der drachen uns nicht so runterschießen wie bei dir das immer war ich hoffe einfach dass wir mir nicht so in der haare übrigens habe ich jetzt auch meinen stärkebogen aber jetzt noch mal äh oder meinen bogen habe ich jetzt noch mal geupgradet der ähm ist jetzt hier hier stärke 5 er hat jetzt stärke 5 und ähm ich hab so gedacht das reparatur weg gemacht das ist nämlich auch was richtig cooles man kann das reparatur weg machen indem man unendlichkeitsbogen nimmt alter junge es geht bei dem jetzt ab ja es meint ist also es ist aber als man ob die Eichertifizier die OPSG geworden hier ausgewogen aber mehr auf der ersten Selle hat das noch nicht geilen im Bild noch etwas aber das finden wir auf jeden Fall auch noch raus der drachen hatten und drachen hatten und ich weiß 20 um ist auf jeden Fall die Dinger als noch an der Seine verstören wenn ich sie kann gar nicht so weit und ja ein zweiter noch in achtung ich bin drinnen cool das merkt man dann eben gar nicht das ist nur schade gekommen ist gut ich würde mal sagen wir gehen jetzt mal hier hoch problem ist ich habe halt nur endstone jetzt hier ne als ob ich ich treffe die sogar ohne ich habe ich habe als ob ich habe drei hintereinander getroffen jetzt muss noch die beiden zuständige ich sammle das was hast du für einen drachen atem wie viel ein steak handy man kann nur 23 starben also ich habe 44 warum starben die sich nicht jetzt als ob die haben sich zweimal nicht gestartet einfach okay ja ich hab 59 baut hat er hoch geschossen geil oh junge das ist viel zu weit hoch geht nicht zu verraten wird die tun auch ein bisschen schauen okay und ich kann schon mal ein bisschen damit abbauen ich weiß nicht ob du die anderen schon abgebaut hast mit jetzt dass wir die käfig ja jetzt ist alle kaputt hast du dir alle angekommen die einer einer ist noch sehr aufstehen zu treffen jemand war die du jetzt in den atem ich bin mit Juli und schlaten halt nicht vor Ort die Kruse ist das so der Hälfte ja die erste jungen was sind das verfolgt jemand mancher Stadels ist das gar nicht warum ein sehr er der noch stärker und vier das als der junge es ist erfreut damit kann man dann so gesagt linken brotten macht die gerade für nöse es ist eine neue wie oft macht es okay ich habe voll an den und mehr nicht schon nicht jetzt habe ich wollte mit alles dann er soll ich habe auch ein schieses jucht es gibt als er sich in der Ende Perle gerettet und Schwerveränderungen er hat das Sieg ist praktisch als Mittag von Kurskern kurz in der Ecke jungen 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 Kieler ausgemacht ich hatte als erstes die Level bekommen wenn es nicht immer so ab wenn es nicht so ein Pixel da ist also wir hatten ja nur ein mal ein so 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 ein XP Kügelchen und da waren einfach nur ein 6 Level drin oder so wenn diesmal das nicht so ist dann werden wir einfach mal um und kann den der Wettbewerb auf die Rüstung der Wettbewerbte Rüstung aufteilen das bedeutet im Elytheras ganz kaputt und natürlich die Werkzeuge kümmert dann auch damit ein bisschen verbessern ich weiß nicht über meine noch eine Farben bauen XP-Farm das Geld haben oder sowas eigentlich ist es bringt es nicht mehr so viel alter Junge wie weit genug der Jungen das kann man nicht mehr ja es ist wirklich so da bin ich letzte Runde letzte Folge wo er das gemacht hat übel zwei Wecke vom Fall der hat noch eins und den wo sich ein gern aber er sagt er hat ein paar Schäfer der Buch ganz oben am größten Säule naja egal schießt wo er ja n n n kannste noch abschieben immer noch hohe und er das ist zwei 1 und die 1 und drachen hier ja noch ein du hast es vorhin tragete und streng noch ein Trank an die ach du hattest sie ja gar nicht okay Warte, wo kommt... Das ist wieder so ein XP-Ding. Das ist die normale Welt. Das ist die normale Welt. Ah, ernsthaft? Ne, Mel, das ist eine normale Welt gefallen. Mel, das ist eine normale Welt gefallen. Ehrlich? Ja. Gehen wir dann jetzt gleich rein, oder? Kann man das eigentlich wieder hinplatzieren, das Zeug? Drachenatem? Ich kann auch nicht. Du kannst nur zum Lingerade-Potion... Schatz 6 Drachen, äh, Steak und 6 Drachen. Aber wir haben einfach nicht die Stärke-Potion benutzt mehr, wenn... Ich auch. Deswegen hab ich schon so viel Schaden gemacht. Ich hab Stärke 4, dann hab ich noch drauf drauf. Für die Effekte einfach immer noch. Ja gut, Leute, dann hätten wir das Ganze gemacht. Wir wollten zwei jetzt direkt ins erwartete End. Und die nächste Folge damit verstanden, äh, verstanden, starten, dass wir, so gesagt, noch die, dass wir den Schalke-Projektiv machen, dass wir das auch endlich geschafft haben. Aber wir machen das dann einfach in der nächsten Folge, okay, dann einfach nochmal ins End. Ja, und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge. War jetzt zwar nicht so pralle dieses Video, aber ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns dann einfach im nächsten Video wieder. Lasst auf jeden Fall einen Daumen, äh, lasst auf jeden Fall ein Abo und einen Daumen da. Oder andersrum halt. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge, Leute. Bis dahin und... Tschüssi! Ciao!